Platz-Docker oben am Baum rechts. Ja, wow, Alter. Da war einer. Da war einer. Ja, Leute, der hat mich ausgesogen. Ihr habt doch gesehen, was passiert ist. Ihr seid doch nicht blind. Oder blöd auf beiden Augen. Viel Spaß mit den Fliegen, du Sausack. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. In 3, 2, 1 bin ich weg. Damit könnt ihr euch jetzt befassen. Wir versuchen den Ferox, aber ich glaube, ich werde da erfrieren, bevor ich einen finde, um ehrlich zu sein. Okay, ich bin relativ im Norden, aber gespawnt. Wo muss ich denn jetzt von hier aus hin? Auf gut Glück. Sterben kann ich. Ich habe nicht viel mit. Im schlimmsten Fall porten wir uns weg. Aber ich würde jetzt gerne darüber husteln. Ich habe halt wieder Schiss. Der Fallschirm wird jetzt nicht richtig zünden. Ja, lag, lag. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Aber wir sind richtig hier im Schneesturm. Ich würde gerne hier auch landen. Ich sehe ja sonst nichts. Aber irgendwie kriege ich immer weiter Tempo. Ich steuere auch dagegen, Leute. Kann es sein, dass der Wind tatsächlich mir doch Speed gibt? Und mich hier voll reindrückt? Okay, hier sind Ferox. Das ist ja Hardcore jetzt. Okay. Ich kann jetzt nichts tun, außer auf gut Glück in den Schneesturm rennen. Scheiße, ey. Das ist heute so eine Frustrierung. Ich bin seit vier Stunden am Zocken und habe nichts geschafft. Der rennt weg. Der Bastard. Der Bastard. Den gett ich. Ich brauche eine Base. Ich brauche Bauteile. Bam, 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 bam. Gib mir, gib mir, gib mir. Was brauche ich noch für Steinbauteile? Bam, 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 bam. Ist mir scheißegal, wie viel das kostet. Ich will den einbauen. Nicht, bitte. Bitte nicht herstellen. Ich stelle gar nichts her. Bitte, bitte, bitte. Wow, ey. Einfach wow. Was soll ich denn tun? Ich sehe ihn nicht mal mehr. Wir haben nichts erreicht. Nur Verlust gemacht. In vier, in über vier Stunden. Den baue ich ein. Ich habe alles ready. Kauf zwei Element. Bam, bam, bam. Sam, ab und porten. Aber die Atmosphäre, okay, das muss man sagen. Die Atmosphäre ist wenigstens crazy. Ich muss mit Vorrüstung dann theoretisch wiederkommen. Da war einer. Ja, ihr prankt, ihr prankt. Schlafsack. Habe ich Schlafsäcke? Jetzt haben wir zumindest Zeit, einen zu finden. Außer mich one-hitted irgendwas aus dem Nebel raus. Und ich habe keine Zeit, den Sleeper zu placen. Dann? Ich würde halt gerne Ferox finden und mich dann killen. Ich habe keinen Fallschirm. Ich lösche mich einfach, Jungs. Ich lösche mich einfach. Ihr könnt es keinem erzählen, was das heute, was ich gemacht habe. Und heute wirklich. Die Tames, die ich noch unbedingt möchte, sind, äh, sind der Bloodsocker. Der Magma-Saw. Und dann das. Und dann Düt. Was war das, Digga? Und der Ferox. Hab Bock, Digga. Ich auch, Alter. Ich habe mich auch noch ein bisschen informiert. Ich habe ein bisschen gepestet. Ich bin in den Spectator über die Lab geflogen, um mir, äh, Insights zu holen und so. Also, Leute, ich bin... Ich bin auf die Zähne prepared. Und die Mission startet. Endlich, ey. Wie geil ist das? Heute geht es ab. Heute habe ich es so richtig im Urin. Da haben wir es, Leute. Nice, ey, Alter. Ich mache heute Fortschritt. Ihr glaubt das nicht, ne? Achtung, Sharks macht Fortschritt. Das wird groß announced. Das muss eigentlich in den Titel. Achtung, Leute. Weil normalerweise erwarten die Zuschauer hier andere, anderen Content. Das ist halt eine Ausnahme, wenn Fortschritt passiert. Gut, jetzt ist halt die Frage. Der kommt hier ja nicht raus, ne? Der wird sich ja jetzt aufblastern. Wir machen das einfach, ne? Welches Level hat der? Ist egal. In erster Linie 15 hat er. Kommt der auf einmal links ins Bild gecheckst? Leute, Freude. Freude geht auf. Wobei, der fightet jetzt gegen den. Ich kann eigentlich die Zeit nutzen. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Danke für eure GG's, ey. Das haben wir uns verdient. Zwei Stunden lang habe ich darauf hingearbeitet. Ich bin in den Ozean gekrackselt. Bin ins Moor gekrackselt. Habe mir Gas geholt. Nur um die Rüstung zu machen. Habe gescoutet wie ein Berserker. Habe vor Stream mich informiert wie so ein hauptberuflicher YouTuber einfach. Und habe jetzt tatsächlich den... Sorry, dass ich es jetzt sage, aber den Bastard gelegt. Und in dem Sinne, ab nach Hause. Wahnsinn. Wir haben es geschafft. An der Stelle immer, wenn ich Baryonyx sage, denke ich irgendwie an Evonix, den guten Alten. Eigentlich wollte ich nur gerade ein bisschen Element farmen. Level 15. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Wir haben einen Bloodstalker. Scheiße, Leute. Okay. Ich habe eine Grapple. Eine Grapple. Eine. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich schieße ihn einfach runter. Ich schieße ihn einfach darunter. Der kriegt von mir eine Packung da hochgejagt. Kriege ich hier Metall raus? Ey, ich brauche Flint. Danke dir. Ich ballere den einmal an. Dann kommt der runtergeflatzt auf mich. Voll aggressiv. Und dann saugt er mich. Wenn ich genau drauf schieße. Ja, das war ein Hit. Er kommt nicht. Kauft ihr Loot für Smithy. Soll ich echt? Das ist aber sehr teuer dann. Okay, Leute. Wir machen uns hier eine Spontanstation. Den will ich. Den lasse ich mir nicht entgehen. Wisst ihr? Das ist... Ihr versteht das, denke ich, oder? Bam, Sleeper. Bam, Dings. Lass uns vielleicht mal gucken, ob wir so ein Wasserwettrennen machen können. Das ist ja richtig mit Sprungschanzen, Speedboostern und allem. Das ist voll geil. Und dann kann ich mir ein bisschen Cash erarbeiten wieder. Gut, in dem Sinne, auf, gut kick, auf dass er mich schnorchelt. Boom. Hallo. Ja, die Grapplinghooks sind be... Mann. Ja. Reset, reset. Abbruch, Abbruch. Es ist zu dumm. Abbruch wegen Dummheit. Fliegen. Äh. Schieß, schieß. Und dann schießt er dann. Ich... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Mission, wieder Abbruch. Drück die Daumen. Bestimmt ist der Bloodstalker gar nicht mehr da, wenn du oben ankommst. Ja, die spawnt einfach. Dann geht... Dann ist es wirklich... Schluss wird lustig. Dann ist es nicht mehr lustig. Jetzt verhungere ich. Hello, Mr. Schnorchel. Kampfmusik kommt aber. Ja. Kriege ich Damage? Passiert mit mir was? Er saugt noch nicht. Er saugt, er saugt, er saugt. Die Blutpacks gehen rein. 3%. 4%. 6%. Okay, Zelda-Musik muss kurz aus. Ich glaube, wir sind aber direkt an ihm dran dann. Wir sind direkt mit seinen Beinen connected. Das Teil sieht ultra epic aus. Wenn ich Leertaste drücke, jump ich. Rechtsklick. No shit. Wie löse ich das? Linksklick? Ne. Wieder Rechtsklick? Ne. Leertaste? Ja. Leertaste löst. Geil. Also vom Look her geil. Vom Look her geil. Vom Playing her weiß ich noch nicht. Wir testen jetzt mal Wasser. Okay. Er schlittert einfach. So, okay, gut. Ich lage ab. Und dann geht's Richtung Magmasaurus. An sich würde ich aber losdüsen. Och boy. Als ob er mich jetzt abfuckt. Es geht schon wieder los, wie letztes Mal. Oh, jetzt kommt er ja hier. Komm, Bastarde dich hier weg. Dann packe ich hier den Frosch. Ist vielleicht sogar besser. Oh, meine Fresse. Arc Hitboxen. I love it. Und hier ist auch unsichtbare Lava, wie es aussieht. Ich kriege da Damage. Bitte, 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 bitte. Yes. Okay, bin saved. Bin saved. Kannst bei Rainbow Six Siege spielen. Hm, jetzt nicht. Ist das nervig hier? Ist das einfach nur unnötig? Oder, Leute? Ist das einfach nur unnötig? Nicht mal wegen eigenem Versagen, sondern weil Arc einfach wieder behindert ist. Ja, meine Fresse. Jetzt habe ich da Onyxe. Ja, natürlich. Es geht mir gerade wieder auf den Sack. Komm, jump. Und dann das. Und dann das. Was war das, Digga? Was war das? Das war nicht meine Schuld. Ich will jumpen, 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 jumpen. Ich habe auch gedrückt wieder die zum Re-Schießen. Das war einfach nur dumm. Ich habe eine reelle Chance, Leute. Wenn ich jetzt nicht betäubt werde von Mr. Scorpio Wix. Okay, ich muss von da oben runter. Ja. Familie Scorpio Wix wartet hier auf mich. Oh Gott, was ist das? Hier ist alles. Hier ist alles. Und es buggt. Wegen genau sowas sterbe ich immer. Wegen genau so einem Scheiß. Dann wirst du reingebordet, hängst fest. Bist betäubt. Gegen genau so einem Scheiß. Ich habe gerade Glück, dass der Skorpion noch viel mehr buggt als ich. Dass der noch behindert, noch schlechter ist als Arc an sich. Da bin ich sogar wieder. Guck mal. Weil Arc noch mehr buggt, habe ich das sogar überlebt. Würde Arc gehen, hätte ich das nicht überlebt. Aber es buggt einfach. Und deswegen greift der Skorpion nicht an. Kuss geht raus, Arc. Arc gibt, Arc nimmt. Von mir nimmt es meistens. Außer am PvP. Da gebe ich. Die Situation ist ungünstig. Gib, 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 gib. Bevor was kommt. Wow. 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 Ich bagge in ihm fest. Du dummer Eingebildeter. Wo bin ich safe? Wo bin ich safe? Wo bin ich safe? Ich knock jetzt aus. Bitte sag mir, er kommt hier nicht hoch. Das gibt es nicht. Ich roll runter. Und jetzt kommt hier der Sturm. Jetzt kommt hier das Unwetter. Ich gehe hier nicht mehr rein. Ich scheiße auf das Magma-Fisch. Das kann eh nichts. Gut. Dann. Wo porten wir uns hin? Nimm Trinken mit. Guter Call. Wo teleportieren wir uns hin? Damit ich so nah wie möglich am Schneesturm bin. Könnt ihr mir eine Koordinate geben? Wie man den zämpft, weiß ich. Ich muss ihn nur noch finden. Boah Gott, Alter. Was ist das hier? Wie soll ich das denn downzocken? Wie soll man das denn hier downzocken, bitte? Alter, mit 25 FPS, Digga. Was ist los? So bockt sich das gar nicht. Ein Schwein. Schwein-Healing-Buff. Ferox. Ich knall ihm jetzt einen in den Kopf, Jungs. Ich knall ihm einen in den Kopf. Wenn das jetzt nicht stimmt, raste ich aus. Leute? Habt ihr gesehen, dass ich einen Ferox hab? Wenn nicht, ist das der Jumbo-Gebate. Ich weiß nicht, warum der Stream abgeschmiert ist. Bei OBS kam einfach die Meldung Verbindung zum Server verloren. Keine Ahnung. Ich hoffe, man hat gesehen, dass ich den gerade gefunden und gezähmt hab. Dann sieht das jetzt aus wie... Sharks macht kurz den Stream aus, macht ihn an und hat auf einmal einen Ferox. Wie kann ich ihm das geben? Hotbar? Er wird aber nicht groß. Boah, Digga. Das ist ultimativ cool. Gimme da, Boy. Der kann Steine werfen. Das habt ihr mir ja gar nicht gesagt. Das ist ja nochmal zehnmal cooler dann. Unten rechts steht seine Sucht. Wenn ich ihm zu viel Element gebe, dann wird er richtig süchtig. Wie geil ist denn das? Allein das ist ja schon zehn von zehn wert. Hä, was für ein starkes Viech denn bitte? Schwimmen kann er auch? Yo, sogar einigermaßen flott. Kann er hier unten einen Stein werfen? Nee. Und je nachdem, wie ich mich bewege, hängt er sogar die Arme los und so. Geil, Leute. Wir haben heute einiges gepackt. Einiges. Wir haben das Mondgebiet für uns erkundet. Bloodstalker. Jetzt noch den. Jetzt mit nur noch der Magmasaurus und dann noch ein paar Items testen. Und dann ist es das im Endeffekt. Der Rest kommt dann durchs normale Weiterzocken. Mapkenntnis, Map erkunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im Best-of oder morgen auf dem PvP-Server. Hat mir heute Spaß gemacht. Ich höre euch lieb. Haut rein. Und ciao.